Herzlich Willkommen zu Lises Songbox Nummer 30. Diesmal beschäftigen wir uns mit Triggering. Es gibt ja unfassbar viele Plugins von verschiedenen Herstellern, die dieses Drum-Triggering abnehmen und ganz einfach machen. Ich möchte mal zeigen, wie man das auch triggern kann, wenn man eben kein Plugin zur Seite hat. Als erstes habe ich eine Midi-Spur generiert, wo ich das Plugin Expand 2 von Pro Tools mitgeliefert, Gainsortet habe und das Kicks Menü ausgewählt habe. Da habe ich ein paar verschiedene Samples zur Verfügung. Als nächstes wechsle ich in den Grid-Modus und mache hier eine 16. Note als Länge und zeichne mit dem Pencil Tool hier von Hand einfach mal so eine Note rein. So, da hat man schon das Sample gehört. Jetzt kann ich das Sample noch auswählen. Das gefällt mir. Dann wechsle ich von Noten-Ansicht auf die Clips-Ansicht und schneide mir diesen 16. zurecht, indem ich hier das hintere Teil delete. So, jetzt habe ich ein Clip, das genau ein 16. lang ist, wo diese Note, dieses Sample drin ist. Triggern wollen wir die Bassdrum Out. Wir haben noch ein Bassdrum In und ein Grenzflächen-Mikrofon und das Out-Mikrofon nehmen wir jetzt als Ausgangslage. Als nächstes mache ich eine Gruppe und zwar von der Midi-Spur und von dieser zu triggernden Audio-Spur. Ich habe hier schon vorbereitet. Bassdrum Trigger MIDI. Dann habe ich das Ganze gruppiert. Weshalb, sehen wir gleich. Die Gruppe deaktiviere ich jetzt gleich nochmal und ich nehme jetzt diesen Clip hier in den Zwischenspeicher. Das kann ich mit Apfel-C oder Ctrl-C für den Windows-Rechner machen oder ich kann es auch gleich ausschneiden mit Apfel-X oder Ctrl-X. Das mache ich mal. Dann haben wir jetzt diesen einzelnen Clip, diese 16. Loten, im Zwischenspeicher des Computers. Jetzt aktiviere ich die Gruppe. Jetzt ist eins wichtig und zwar, dass die Midi-Spur direkt oberhalb der Audio-Spur sein muss, sonst klappt das Ganze nicht. Dann muss Tab to Transient hier oben aktiviert sein und dann kann es schon losgehen. Ich gehe mit dem Cursor vorne hin. Drücke die Tabulatoren-Taste, bis ich jetzt auf diesen ersten Transienten, auf die erste Bassdrum komme. Zoom da ein bisschen weg und füge nun die Midi-Note ein, indem ich einfach Apfel-V oder Ctrl-V auf dem Windows-Rechner drücke. Zack. Mit Tab. Tab ich zum nächsten Transienten, sprich zur nächsten Bassdrum. Und so weiter und so fort. Und das mache ich jetzt im Prinzip bis Ende des Songs. Gut. Das ist jetzt einfach das Beispiel. Wir hören uns mal die Bassdrum an jetzt, nur die Midi-Spur. Genau. Und das Schöne daran ist, es braucht kein Grid-Raster, weil wir, auch wenn die Bassdrum hier oder das Schlagzeug nicht auf Grid gespielt wurde, also nicht auf Klick, spielt das absolut keine Rolle, weil wir genau auf die Transienten springen und dort die Bassdrum dann absetzen. Wir hören uns mal die Bassdrum-Out an in Solo. So, und jetzt nehmen wir mal die dazu. Dann hören wir, dass das am gleichen Ort ist. Gut. Dann holen wir noch die anderen beiden Spuren dazu. Machen wir vielleicht ein Mischverhältnis. Und schon habe ich das Ganze getriggert. Jetzt kann ich natürlich noch mit dem Velocity-Wert, den ich hier einblenden kann, noch ein bisschen spielen und auch ein bisschen Dynamik machen. Ich sehe ja hier unten, der erste Schlag hier ist ein bisschen stärker angeschlagen. Dann kann ich den auch ein bisschen hochziehen. Der ist ein bisschen weniger und so weiter. Und so habe ich auch ein bisschen die Möglichkeit, das Ganze dynamisch zu gestalten, sodass es einfach nicht gut hörbar ist und der Trigger dann irgendwie unnatürlich klingt. Wunderbar. So geht das im MIDI. Das Ganze kann ich natürlich, wenn ich jetzt keinen Sampler habe, so wie der Expand 2, kann ich natürlich auch mit einem Audio-Sample machen. Das habe ich hier unten vorbereitet. Jetzt schalten wir mal die Mutes aus. So, und zwar lege ich jetzt diese Bass-On-Out unterhalb dieser Audio-Spur. Und das Audio-Sample, was ich hier habe, das spieße ich mal kurz an. Das ist dann wieder oberhalb. Gleiche Regel wie bei MIDI. Die Audio-Spur, das Original, muss immer unterhalb der MIDI oder der zu samplenden, triggernden Spur liegen. Dann mache ich wiederum eine Gruppe. Das ist auch hier schon vorbereitet. Die deaktiviere ich jetzt wieder. Jetzt mache ich das Gleiche wie bei der MIDI-Spur. Und zwar schneide ich diese Spur aus mit Apfel-X oder Ctrl-X für Windows-Rechner. Dann habe ich sie im Zwischenspeicher. Dann mit dem Cursor zuerst die Gruppe aktivieren. So, und damit Tap to Transient auf den ersten Transienten, sprich auf die erste Bass-On-Hüpfen. Dann drücke ich Apfel-V oder Ctrl-V für Einfügen. Zum nächsten. Und so weiter und so fort. Und schon habe ich diese Bass-On-Hüpfen auch mit Audio getriggert. So, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen, wie man das auch anders machen kann. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.